10, 10, 10, 1, 2, 0, so we need to think about Ja, ja, natürlich, ich will hier ihre Shopping-Tour. Ich kaufe mir immerhin keine Schuhe. Oh, ich habe nur Schuhe gegeben. Ich kaufe mir lieber Ringe. Ja, Albert, genau. So, wir kommen mal zu den Teams. Wir sind ein 5er Pre-Made-Team, nur leider halt nur 3 in TS. Und zwar ist nach längerer Zeit Haber mal wieder dabei als S-Reel. Und ja, so wie ziemlich immer Albert heißt... Wenn ihr mich gefragt hättet, hätt ich auch so ein paar Mal mitgemacht. Ja, du hättest ja erst dann längere Zeit keinen PC. Äh, ja, dann Albert als Blitzcrank. Äh, ich bin in der Mitte, du Vogel. Oh, sorry. Das haben wir mit. Äh, ich hab grad... Äh, ja, Albert als Timo. Ich bin kein T, ich bin Timo. Albert heißt aber In Your Face-Talk. Jetzt haltet mal, jetzt haltet mal, ich will die Teams erstellen. Ja, In Your Face-Talk wird wohl richtig sein. Ja, Blitzcrank als Supporter und Irelia Top. Im Gegenteam Trash, Timo, Ash, Xingzau und Ari. Ich krieg' Ari, die müsste. Albert, willst du mal kommen und mir... Hast du Gift geskillt? Ja, na klar. Was, was hattest du von mir? Ja, okay, dann bitte nur zwei... Oh, Eilert! Okay. XD. WTF? Ich hab mich schon gewundert, warum bei mir niemand auf der Lane ist, aber wenn ich natürlich alle bei euch rumgangst, dann kann ich natürlich da nichts erwarten. Ich kann episch schnell geredet. Ah, das war scheiße. Ja, okay, aber da konnte ich jetzt nichts machen. Mein Blue. Ja. Ich hab's echt schon ewig nicht mehr gespielt. Ähm, ja, okay, jetzt bin ich gefickt. Und auch nicht mit Ezreal, tollerweise. Und Crunchy, du bist jetzt auch, ähm, die hat zumindest Blue. Mein Blue. Ja, also... Blue, Blueberry, Blue... Dass die gleich jetzt in den Welten, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Eier, fick dich, Ari. Oh, ich liebe Ari als Champ selber, aber im Gegensatz zu sagen, ist einfach nur eklig. Ähm, versucht Blitzcrank mich jetzt eigentlich zu supporten, oder? Ja, ja. Ja, ja, baby. Oh, Ari, Silver 5. Alter, ich glaub, wir haben auch ein 5er Premier Team erwischt als Gegner. Ja, aber die Ari macht hier ein Fett-Damage. Ich glaub, das stellt LOL so an sich so ein, dass man dann, wenn man sich in der Freundesliste hat, auch so ein Team bekommt, weil das wäre ja sonst schon ziemlich unfair. Puh, okay, jetzt kann ich wieder weggehen. Nice. So, ich glaub, mir Schuhe. Ha. Jetzt hab ich doch noch meine Schuhe. Yeah. Alter, sagt die From the Dark Ass? Nein, ich glaub nicht. Das kann nicht sein. Ich glaub, ich hab grad Dark Ass wahrscheinlich, aber ich glaub, es sollte Darkness heißen. Das sind deine komischen Vorstellungen, die ich... From the Dark Ass? Was kommt da wohl denn raus? Well, where are you from? I am from the Dark Ass. No problem, bro. Aber hier, jetzt ist nicht so viel zu beantworten. Ja, und ich hab... BAH! Ja, bei mir wird es jetzt wahrscheinlich so aussehen, Wölfe, äh, Wölfe, 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 Wöl Okay. Ach, fick dich, Ari. Oh, nicht gut. Not so gut. Man. Das ist so gay, wenn du am Anfang still bist. Ne? Kommt dir die Bühne zusammen. Ja. Das könnte knapp werden. Nice, aber... Okay, ich geh back. Wird wohl better sein. Das war's hier schon. Oh man, oh man, dort kann was werden hier. Die haben mich jetzt gleich mal der Börse-Gefecht gesetzt, sozusagen. Ja, ohne Blues halt, echt gay als Jungle. Ja, aber mussten die Mongos in der Welt nicht. So gay, gerade wenn ich auf dem Weg bin noch. Hätten wir auch machen können. Hätten wir auf die Idee kommen müssen. Der Welt wäre echt schrecklich umgegangen, weil keiner sich sieht und alle irgendwo rumgeistern. Ja, aber wobei ist denn schrecklich wäre, ist ja einfach dämlich. Wenn man vor sich nennen muss. Ach, Alter macht die... Ja, ich darf top, ich darf top halten. Alter. Ja, ich bin gefickt. Ich wundere, dass Robin nicht schon, ich weiß nicht, wie viele Kills hat. Äh, der ist solo top gegen zwei. Es ist Robin. Ja, ich glaub, der Coco-Dog war im dritten Part mal dabei, aber das war ja nur eine Replay-Aufnahme. Ähm, war da nicht Ani? Ne, ja doch, doch kann sein. Okay, da hab ich jetzt gerade ein bisschen geschlafen. Loll, aber die Tops sind jetzt nicht gerade die... die Player hier. Ja, wenn's jetzt aber auch so beschissig ist. Wenn's jetzt gleich sechs noch, kein einziges Mal bei Egg, also die können hier oben echt, äh, hier unten echt gar nichts. Aber ist irgendwie nimm der mit, da allein jemand erwischt, der was kann, oder? Kannst du mal so, äh, festhalten. Er ist zum Kotzen. Die Ari basht mich, hat hier, du hast sicher viel AP mehr als ich, und hier, wenn ich da so ein Mongos. Was ist denn witzig? Nice. Ja, sehr schön. Ähm, ihr könnt mir sagen, wenn ich irgendjemand wegsnipern kann hier. Ja. Ja, voll nice. So, mein Blue ist respawned. Nico, ich muss dir jetzt gerade mal loobhafterweise sagen, dass du mir ein bisschen bei den Items helfen musst, weil, ich wie gesagt schon ewig nicht mehr gespielt habe, und mit Sreal ist recht nichts. Ähm, was ich total geil finde auf Sreal, ähm... Ich hätte mir jetzt erstmal statt wieder Dreieinigkeit gekauft. Ähm, nee, kauf dir lieber was anderes. Kauf dir jetzt erstmal ein Blutdürstern. Ja, okay, aber erstmal, wenn ich Schuhe halt ganz normal Berserker, oder? Ja. Ja. Alter, Ari, verpiss dich. Woh! Hahaha! Hab's so gewusst, du Bitch. So, ich muss den Saug mal ein bisschen runterstellen. Alter macht ihm voll zu Damage. Wie tief? Sie hat unmenschlich, was die Damage macht. Trash zockt anscheinend A-D, gell? Hahaha. Nice, Haber. Ja, jetzt sollte ich mich nur irgendwie... Fuck. Schade. Ja, okay. Ähm, also, Beinchen des Berserkers. Albert, soll ich mal bei dir mit dir ganken? Hat die eine Ulti? Ja, wer... Ja, die hat Ulti. Ja, okay, dann hauen wir der mal Ulti raus, wenn's geht. Hat die vorher schon ein bisschen. Alter. Ja, ich kann sie nix machen. Also, ich mein, ob du weißt, ob die Ulti-Ready hat. Äh, das weiß ich nicht, sie hat ja seit vorher schon verbraucht. Okay, rein, die hat noch Mana. Oh, hey. Fuck. Na ja, immerhin du noch den Kill. Er ist trotzdem gay. Gell? Na ja, immerhin hast du dann überlebt, also das sind auch nicht die Blöde. Ja, unten braucht er grad keinen Gank, oder? Nö, ich glaub ich, wir kriegen das ganz gut hin. Okay. Also, wie's momentan aussieht, auf jeden Fall. Oh, fuck. Jetzt, glaub ich, bin ich wieder tot. Scheiße. Ich habe nicht mit Aris Ulti gerechnet, und schon sind meine Stats auch wieder versaut. Groß, Ari. Äh, Ash. Nice, 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 nice. Top, haben wir gerade so ein Name genommen. Jetzt reicht doch, Bot, helft mich. Was? Fuck dich. Ja, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, klingelt sein Telefon. Naja, besser lieber mir. Jedes Mal, wenn ich aufnehmen, wollen meine Eltern was von mir. Bei mir aber auch so. Sonst nie, kann den ganzen Tag machen, was ich will. Aber kaum die Aufnahme, hast du gedrückt, schon. Oh, klingelt seine Tür. Ja, weil ich seite, die klingelt es echt immer an der Tür. Vor allem, es wird man auch. Nee, echt nicht. Also, ich hab jetzt hier gerade große Töne gespuckt, dass sie nichts können. Ja, ich komm, ich komm gerade, Bot. Äh, wer macht von denen mehr Schaden? Guck nach. Ja, jeder spielt gegen die. Und wir müssen mir das aber sagen, wer gefährlich ist von den beiden ist. Naja, die haben mir bisher erst einmal Schaden gemacht, so richtig. Und da bin ich dann gestorben. Also weiß ich's nicht, wenn die zu weit waren. Ist es sinnvoll, jetzt reinzugehen, oder sollen wir noch auf Mehmet warten? Wir warten noch auf Mehmet. Ich hol mir so lange noch den Blue von denen. Weil, dann hab ich auch noch Ulti und so. Ja, ich bräuchte hier trotzdem noch Hilfe. Weil, die Ari hat halt so'n dreckigen Fotter mit dem Blue am Anfang. Da konnte die so reinhauen. Mann. Oh, Mann. Mehmet ist dann da, gell? Ja. So, eins lass ich stehen. Aber jetzt ist von denen keiner mehr da. Jo. Ähm, Albert, ich komme mal im Mittel. Ja, wär nicht schlimm. Weil mein Tower ist echt, fuck. Ich ganke im Mittel. So. HBDS ist. Go, Albert. Go. Ja. Ja, im Fall zwei Stützen. Oh, nice. Danke. I have forgot your gift. Was? Was? Was hast du mit Gift? Ja, ich hab dein Gift vergessen. Ich dachte, die kommt durch. Sie kommt durch! Ich! Niiiih! 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 Niemals! Niemals! Nicht mit mir, meine Freunde! Frenz! Tja. Tutsch. Tutsch. So schnell kann's gehen. Jojo, dann machen wir noch hier ohnehin. Und dole. Das ist ziemlich cool. Wenn Mehmet den herzieht, dann mach ich ganz schön Schaden dann erstmal. Mhm. Okay, dann, dann... Dann zisch ich jetzt erstmal zu meinem Blue. War's doch gerade eben der, ihr Blue geholt, oder? Oder war's gar nicht der? Ja, doch, aber der war doch bei mir und hat gegankt und alles. Was passiert mit dem Blue, wenn der... ...besitzer des Blues einem Vassal stürzt? Ich glaub, dann ist er einfach weg. Noste Blue! Aber ist natürlich auch doof, wenn das passiert. Ja, okay, aber wenn du jetzt mit dem Teamfight bist, rausrennst, dann fiegt dir noch so ein Schiss in die Kugel hinterher, ne? Das ist... Ja, aber wenn du mit dem Teamfight bist, dann hast du ja meistens, äh, kriegt dann ja der Champ den Kill. Ja. Also da musst du echt schon noch weit wegrennen. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Dachen gibt's, die gibt's gar nicht. Fuck, fuck, fuck. XD, okay. Jetzt hat er sechs, alter. Okay, das wird easy win, ey. Der einzige, die Probleme macht, ist die verkackte Arya in ihrer Fuck-Mitte. Ähm, sollte ich mich trauen zu ganken? Oh, nicht. Achso, wey. Okay, aber du müsstest erst draufgehen, dass die dich heilt. Okay, jetzt hat sie mich gesehen. Echt? Oh oh. Rennt durch meine Pilze. Ah, fuck. Wo ist die? Hat die viel Leben? Ähm, ja, die hat noch alles. Der Xim ist weg. Schreib doch SS. Hab ich doch. Aber SS. Nein, nein, ich mein, ich hab doch zu dem SS geschrien, warum geht der nicht weg? Hä? Loll. Hä, was denkt der, wenn ich SS schreibe, wen mein ich da? Hab ich den jetzt nicht getroffen? Scheiße. Da möchte ich jetzt eine Wiederholung sehen. Tja, gibt's leider nicht. Ich kann noch, äh, ich, ähm... Achso, okay, dann kann ich mir ja den Xim holen, falls der jetzt da gleich da ist. Der Timo ist bei mir. Wie süß. Der Timo ist wirklich süß, Alter. Den kriegst du down wie, der geht down wie... Latsch mein Pilz wie einsaftes Steg. Oh mein. Wenn du das sagst. Ja, ich sag's. Was geil ist, ich hab nur 39 API, weil ich speise. Ah, ich muss nicht mehr sparen, ups. Du machst schönen Schaden, Nico. Dankeschön. Jetzt kann ich mir meinen übergrößten Staff holen. Oh, thank you. Ah. Ja, Albert hat keinen übergrößten Staff, der muss sich einen kaufen. Dumm gelaufen. Ich glaube, ich will jetzt dann meinen zweiten. Spielst du auf API oder AD? Ich will API. Ich zock die immer API. Ich hol mir jetzt noch mal rot. Ich hab sie mal auf AD probiert. Ja, AD ist auch nicht bad. Aber mir macht API auch mehr von... So, dank Nico können wir jetzt den Town plätten. Den Town? Achso. Den Tower. Also den Town, das war doch eigentlich schon so eine Scheiße. Wir plätten den Town. Ja, ich schreibe es nicht für der SS, der macht ja immer sein cooles Ding. Oh, fuck, der Hass. Neu, woher kam die. Komm links hin, kriegt noch einer. Oh, Mehmed. Oh, Mehmed. Der hat den Kill irgendwie doof bekommen. Ähm, was soll ich mir da als nächstes kaufen? Scheidtio bist du. Ähm, als nächstes. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Nico? Geil. Hallo? Äh, der Typ, äh, also Robin ist Gold 3, Liga. Wille damit sagen. Was soll ich mir kaufen? Achso, ähm, warte, ich muss gucken, wie das Item heißt. Ich finde das immer ganz nice auf S3. Du gehst auf alle Items, dann gehst du auf, äh, Ability Power. Also, ja. Fähigkeitsstärke. Fähigkeitsstärke, genau. Scrollst ganz runter. Und dann in der linken Spalte das dritte Item von unten, dieses, ich, ich kann's halt nur auf Englisch lesen. Da ist das Iceborne Gauntlet. Wie sieht das aus? Das ist der blaue Handschuh da. Achso, da, wo du dann, wenn du schießt, so ein Eisding auf den Rundfunk. Ja, ich finde das verdammt geil auf S3. Ja, weil, ja. Ja, wirklich? Sie ist voll in meinem Pilz gelatscht. Nein! Sorry. Ich wollte den Kill, auch egal. Aber sie ist voll in meinem Pilz gelatscht, die Bitch. Ja, ja. Ja, ja. So wie das, so. Niemand treibt sich bei mir in den Büschern herum. Vielleicht nochmal so ein Pilz rein. Ja, niemand treibt sich bei mir in den Büschern herum. Ja, schade, aber. Auf was willst du das mit deinem Büschern hinaus? Nein, mit deinen Büschen. Ich hab's, ich hab's gesagt, in meine Büsch, ich hab's gesagt, bei mir treibt sich niemand in den Büschern herum. Ja. Hab ich gesagt, das sind meine, ich hab keinem Besitzer griffen. Mann. Und dreht alles so, um dass ich hier der Schlechte bin. Und Mitte Tower aufdauen. Du bist einfach schlecht. Badass, I'm badass. Was macht eigentlich der Timo, wenn ich zu fragen darf? Oh, okay, die haben wir aufgegeben. Ach, fuck. Ich hab grad noch einen Kill, ich hätt noch einen Kill gekriegt, also fuck euch alle. Ähm, mann. Laute Musik. Machen wir noch eins. Das war so voll bad. Ja, also wegen mir können wir gerne jetzt gleich nochmal eins machen. Unser Team ist nämlich richtig geil. Besonders die Relia Alpha 1 lecken wir am Feetle. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Wer hat mir Teamgeist gegeben? Ich nicht, ich bin noch gar nicht da, wo mein Teamgeist und so will. Aber gebt mir auch eins, gell, nicht vergessen. Äh. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Dann hoffentlich wieder. War ein hübsches kleines Spielchen. Mit Evelyn im Jungle. War ein hübsches kleines Spielchen.